Aufhören, nur nicht aufhören, und nie stehen bleiben, nie stehen bleiben. Und wenn man sich nur immer bewegen tut, 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 tut. Wenn man sich bewegen tut, nottut, ne? Jetzt hab ich gar nicht diese ganzen Punkte nach geheimen Geheimnissen abgesucht. Willst du was? Hä? Ist das noch mal? Ich krieg dich, ich krieg dich! Ich hol mal deine eigene Schüsse. Ich bin so gut. Ich werde es heute noch bald mal wieder Waffenenergie. Was hab ich denn noch? So, Spritfeuer? Plasma? Oh. Ich hab Homies und ich hab Guild, jawohl. Ja, damit treff ich ihn. Treff ich ihn damit? Und braucht man denn Waffenenergie, glaub ich. Moment, wenn er da rauffliegt, fliege ich schon da lang. Und krieg ihn so. Ja, voll die clevere Idee, gell? Äh, nein. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er hinter mir ist, vor mir, seitlich, rechts, links und, äh... Das sind ja keine Gegner mehr, oder? Nein, nein, das ist ruhig. Hm. Ich hab immer mit dem Laser Level 6 Quad, ne? Das könnte jetzt eine Stunde dauern, oder zwei. Holt euch doch schon mal den Kaffee. Den ich zwar... Wohl, nein, hole ich keinen Kaffee. Kaffee ist, bäh. Kaffee schmeckt einfach nicht. Kann man nicht trinken. Einfach so. Wer das anderes sagt, der liegt euch an. Toll. So, dann fliegen wir wohl wieder zurück. Kann ich den Monster Spawner noch mal aktivieren? Ich hab Zeit! Ich glaub, ihr sollt ihr das Play anschauen, vielleicht nicht, aber... Das interessiert mich ja eh nicht. Mich hat noch nie interessiert, ob ihr Spaß dieses Zeitpunkt, ne? Und ich hab den Guldet. Ihr seid völlig sinnlos wegen euch verschossen. Alles eure Schuld, ne? Jetzt stirbt sie bitte mal. Danke. Hätte doch was in der Kinderlasten. Moment, dann machen wir das. Ganz einfach so. Es sind ganz viele Tollschilden, ne? Äh, falsche Richtung. 130! Hm, jetzt hab ich doch mal so eine theoretische Theorie. So, fliege ich erstmal wieder raus. Dann fliege ich wieder hier rein. Und dann fliege ich ein bisschen näher rein. Ja! Wie man nicht kugeln, leicht wegfliegen. Kann das sein? Oder pille ich mir das alles nur alt? Alles weiter schießen, nicht aufhören. Waren das alle? Nein, da ist noch einer. So, dann fliegen wir einmal hier rum. Nehmen wir noch Waffenenergie mit. Fliegen hier rum und drehen uns mal wieder um. Dittlidum dum dum dum. Worte ich dich? Worte ich dich? Oh, da lebt noch einer. Hat sie erledigt. Hm. Ich hätte auf bisschen mehr Ausbeute erhofft. Dum di dum di dum dum dum. den schildenergie durch überwachen der kirche schild energie konvertieren kann und wir schauen mal nicht geben gerade so ein kleines ding ist wirklich aus wie waffenenergie oder schildenergie oder was ist passiert ich kann mich nicht erinnern wie damals die 10 millionen geklaut haben ich war nicht damals dass ich mich nicht erinnern kann es ist nicht so das was ich gerne hätte nicht was größeres keine ahnung atomare atomraketen der tomars sind so lange ich hier vorkommen ist er ah ah schild kann ich fast mal auf 200 hochdrehen nein ich glaube nicht dass ich so lange jetzt hier rumeiern werde ach so eine theorie ja ganz nil ist eine theorie ne so theoretisch gesehen da bist du nah ran geflogen verdammt ich glaube ich habe ihn erwischt also irgendeinen zumindest da fliegt so viel fliegen lauter so arme so armeen fliegen da rum du jetzt aus gehst aus braver sporen soll ich reaktor sagen guck mal der reaktor heute mal heute mal in der wand also mit der wand verschmolzen hat der reaktor eingeschmolzen okay das dauert mir zu lang das lohnt sich nur auf trainier wo man 19 schildröse bekommt nein was man es zu wissen ich habe es gar nicht mehr hier blinkt es zu euch hier ist alles grün hier schimmelt es ja iklisch doch geh wieder hin sind hier irgendwo neue gegner nein wirklich nicht ganz sicher nicht absolut wirklich überhaupt nicht ja dann finden wir den raten raten rat grey äh nein kree grey den schlüssel zum glück sind die roboter nicht intelligent genug den schlüssel hinter der tür zum platzieren also hinter der roten tür den toten schlüssel das sollten wir mal bauen so im level aha der blaue key ist hinter der blauen tür kommst du nicht durch ich flieg mal weg ja ich grüße euch auch recht herzlich na komm her ja ich könnte es nochmal zurückfliegen und waffenenergie holen und dann noch weiter mein schild hoch powern aber das habe ich jetzt keine lust aber das habe ich jetzt keine lust ja man merkt schon ich bin deutsch pro ich habe deutsch studiert ich habe deutsch mit entwickelt man ich lese den du den du den immer und kontrolliere ihn auf rechtschreif fehlern gibt ja öfters mal so rechtschreif fehler im du den mir ist zum beispiel auffallendes schiff mit 3f aufgeschrieben wurde im duden das haben sie gleich mal korrigiert nachdem ich das nicht gesagt habe ah da ist die rote keycard wohl du 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 Bitte es gibt übrigens noch zwei Siegel Open level ich ace culpa Ich glaube von insgesamt 20 Levels wird Secret-Levels gezählt. Ich sag mir zumindest die eine Seite, wo ich gefunden habe, als ich geschaut habe, ob mir irgendwo die Secret-Level angezeigt liegt auf einer Seite, aber irgendwie finde ich jetzt hier nichts passendes. Huiiii! Huiiii! Geht auch weg. Ich hab die falsche Wange für die Viecher. Ich seh nix. Ist alles so hell! Ereignis, gutes Aussehen hat mich geblendet. Das sieht aber auch verdammt gut aus. Das kann man denn erst sagen. Ist denn da noch so drin? Oh! Unbesiegbarkeit! Unklagende Ficke! Ist das jetzt euer Ernst? Was kommt denn da noch, dass das so viele Gegner jetzt sind? Gibt's ja auch einen Schlüssel dafür raus? Ist da noch was drin? Oh nein, da war ich eben drin. Das wollte ich noch gar nicht mitnehmen, glaube ich. Hm. Hier geht's nicht rein. Aber hier muss ich rein, wenn ich zu den Geißeln will. Da ist gar kein Monster zu vorne. Ah, nein. Okay. Gefangene. Tür. Tür. Nee, doch. Nee. Doch. Nee. Nee. Doch. Ich weiß nicht. Es existiert hier keine Tür. Oder vielleicht doch? Ich muss gleich eh nochmal laden, weil ich die Überholbarkeit noch nicht verspäuern will. Nein. Keine Tür für mich. Wie komm ich da rein? Nein, da will ich doch gar nicht rein. Wie komm ich in dieses Loch? Oh. Schlechte Witze. Wir machen das Let's Play gar nicht viel besser. Äh, hier wird's dunkel. Ich könnte was damit zu tun haben, dass hier der Gang einfach mal aufhört. Oh. Ich muss durch den roten. Ach so. Das ist ja natürlich total logisch. So. Ich habe hier die Gauss und das Ding will ich noch nicht mitnehmen habe ich festgestellt. Das hebe ich mir für später auf. Das ist nämlich voll inter... voll... voll klug, alter, ey. Ich bin auch voll klug, ey. Ich bin auch voll klug, ey. Schlau, alter. Schlau, alter, ey. Die Tür zu! Die Tür zu! Hier zieht's! Schön zulassen. War da hinten noch irgendwas? Nein, dann kann ich einfach nicht ausholen. Oh, da ist noch ein dritter. Ich glaube so wohl noch. Die ganze Menge noch. Ist aber noch so alles. 2 Milliarden kleiner, winziger Gegner. Alles erstmal einfach weiterschießen. Oh, ich habe keine Waffenenergie mehr. Ich könnte das jetzt als ungünstig bezeichnen, aber ich bin natürlich ein Überflor. Hab mich nicht aus. Außerdem weiß ich ja, wie es wohl Waffenenergie liegt. Oh, ich habe das Exit gefunden. Ich habe einen Gegner gefunden. Ich nehme an, hier sind noch Gegner, ne? Schild. Oder Schild. Hm. Ich hätte irgendwie erwartet, dass hier noch Türen sind, die ich nicht öffnen kann. Die sie dann erst öffnen, wenn ich durchfliegen will und die mich dann töten. Also nicht die Türen, sondern die, wo dann durch die Türen rauskommen, aus den Türen rauskommen. Ein Hoch auf die Gauss. Weil wir machen jedem Gegner den Gauss. Der Rein war beim ersten Mal schon so toll. Und je öfter ich ihn erzähle, ist doch toll, oder? Das ist immer so. Das ist immer so. Das ist witzig. Je öfter muss er erzählen, desto besser werden sie. Wo gehts denn da noch hin? Ist jetzt grad mal nicht so wichtig. Waffenenergie! Energiiie! Mit Y geschrieben. Wenn die dummen Amerikaner nicht mal wissen, wie sie mehr Energie richtig schreiben. Wie gehts so viel Schildenergie? Warum kriegen wir so viel Schildenergie? Was kommt da noch Schlimmes? Warum fliege ich ständig an dieser Schwaffenenergie vorbei? Ich nehme erst den Flash, Missile. Missile! Silo! Mein Gott! Ich benötige Silos! Ich nehme einfach mal nicht an, dass ich da irgendwie Verbindungswege habe. Nein. Was ist da hinten noch? Äh. Äh. Hier ist ein großer Raum, dem nichts ist. Gut, fliegen wir nach Hause. Ich geh dann mal. Tschüss. Das hat nichts gebracht. Absolut gar nichts. Sehr gut. Dann hat es sich ja gelohnt, das zu tun. Huuu! Ich bin hier doch mal auf, um mich zu schießen, Jungs. Ich werde doch nur töten. Kein Grund, lang aggressiv zu werden. Ich habe keinen Grund, 200 Leute auf mich zu hetzen. Ich hab' die auch mal. Ich bin hier nämlich sehr recht. Sie dürfen nun sterben. Na, du überwachst die andere Seite, ja. Pass gut auf, dass niemand durch das Schild durchkommt. Oh. Oh. Uh. Ja. Ein Scha-schi-Schalter. Warte, musst du eben so dunkel. Ich geh dann nicht weg. Seh, da mal öffne dich. Hoho. Kein Geheimdaten. Scha-di. Scha-di. Kann ich nicht alles haben. Scha-di. Wenn ich hier auf will. Es sind doch mal drei Schild, glaube ich, ne? Werden Sie gleich sehen. Ja, drei Schild. Die retten wir zwar auch nicht das Leben, aber was sonst. Ich hab' Bescheid, Holz. Meine unglaublich guten Witze. Die so unglaublich gut sind. Und witzig vor allem. Dann finde mal den Reaktor. Ey, ist da vielleicht noch einer dahinter? Geheingang. Nein. Aber jetzt hab ich's beinahe vergessen. Tch. Aber nur beinahe. Oh. Bist du nicht aufgeladen? Piss dich. Äh. Wo war denn das nun? Da war denn. Wer war denn das? Wo war denn das? Wo in die Kriech? In die Kriech? Ne, nicht durch die... Bleib wirklich raus. Ah, will ich scheinbar doch nicht. Fuck. Ja. Wunderbar. Erstmal richtig viel Zeit damit verschwinden. Bis ich da unten bin, ist es wahrscheinlich wieder vorbei mit der Unverhundbarkeit, aber ja. Äh, hallo? Ah, okay. Hm. Ich weiß nicht, ob immer die Unverhundbarkeit da jetzt nochmal gebraucht wurden werde. Ein Hoch auf die Unverhundbarkeit. Psss. Psss. Level 4 Complete. PDMC Heavy Water Abish Destroyed. Stimmt Bonus 1700. Energie Bonus 700. Auslösung Bonus 10.000. Skill Bonus 6. 67.700. Full Rescue Bonus 20.000. Zahl Bonus 100. 1.000. 100.100. Oh. Psss. Zahl-Score 480.59. Yeah. Oh Gott. Fittler? Soll das sein? Das sieht aus wie so eine Spinne, die wahrscheinlich auch fliegen kann, ne? Warum kann hier alles fliegen? 4 Meter. 6.000 Schwingarme. Bedrohung. Insane, ne? Schiedenarme. Bla bla bla. So ein effizientem und nützlichen Werkzeug. Nehmen wir es infiziert. Oh. Ja, das Chaos und Zerstörung und so, ja. Oder auf Deutsch gesagt, es kann uns ganz schnell toll töten. Um es mal zusammenzufassen, ne? Ich kann übrigens das Tor nicht openen. Das ist ja auch nicht so, als wenn ich da gerade eben erst reingeflogen wäre. Nein. Ich bin da ja schon länger drin, ne? Ne, ne? Oh. Doch. Also, ja, ne? Toll. Ein Monster-Spawner gleich am Startpunkt. Fick dich so ins Knie. So, wo kommt der jetzt her? Wo kommt er her? Ich hab Zeit. Zwei Stunden später. Tja, jetzt ist die Aufnahme leider um. Wie bedauerlich. Ich konnte dieses Boot einfach nicht... ...chlöten. Wie groß bin ich? Wie groß bin ich? Ich krieg dich. Ich hab 29.000 Gauss-Munition, ne? Das ist so keine... Gefahr für mich. Wie das Licht so toll viel gebracht hat. Kann's kaum beschreiben. Gauss flogt auch schon mal schneller. Ne, der hat mich entdeckt. Der hat mich auch entdeckt. Auf geht's! Bis zum nächsten Mal!